What's up, ich hoffe dir geht's sehr gut, und zwar ich wollte dir eine kleine Mentorship Call aufnehmen, vor allem zum Thema Believe, okay, weil vor allem wir alle kennen es, wir haben einen Rank Up gehabt, okay, wir fühlen uns generell schlecht, wir fühlen uns stuck vor allem, okay, deswegen wollte ich jetzt eine kleine Mentorship Call aufnehmen dazu, deswegen stelle auf den Versicher, dass du gerade Notes machst, okay, und danach diese Punkte vor allem auch für dich in die Umsetzung bringen, und ich will direkt erstmal eine kleine Anekdote erzählen, und zwar musst du dir forschen, handel diese Anekdote über zwei Männer. Okay, über zwei Männer, und sie ist ganz genau so, und zwar musst du dir es forschen, es sind zwei Männer, die auf einem Gehweg sind, sie laufen jetzt nochmal, und auf der anderen Seite des Gehwegs, also auf der anderen Seite der Straße, sehen sie einen Bagelstand und eine riesige Schlange, okay, einen Bagelstand und eine riesige Schlange, okay, und der eine sagt, ey, lass uns da hingehen, da steht jetzt ganz fett, Bagels gratis, okay, ey, gratis Bagels, und der andere meinte, ey, aber die Schlange ist so lang, gratis Bagels, aber die Schlange ist so lang, gratis Bagels, Aber die Schlange ist so lang, was merkt ihr, diese Geschichte bringt dir einfach die zwei Menschen, oder die zwei Perspektiven von Menschen näher über diese Welt. Der eine fokussiert sich auf das Ziel, auf die Destination, okay, und ihm ist komplett bewusst, okay, dass er in der Schlange anstehen muss, dass diese Dinge getan werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Der andere hingegen, okay, sieht den Weib vor lauter Bäumen nicht, der andere hat seinen Fokus auf die falschen Dinge, das heißt, eine Sache, die deinen Belief negativ, ja, beeinflussen, also auf jeden Fall die Dinge, auf die du dich fokussierst, auf taktischer Basis, mit denen du dich distracken lässt, okay, und ich will dir auch eines näher bringen, weil ich will sehr, sehr viel über den Bereich Belief, Action und so weiter und so fort eingehen, genau das musst du jetzt verstehen, warum denn? Weil währenddessen der eine Mann sich darauf fokussiert hat, okay, währenddessen der eine Mann sich gleichzeitig darauf fokussiert hat, okay, ja, dass diese Schlange so lang ist, ist der andere währenddessen, ja, vorgedrängelt, hat sich bis nach vorne durchgekämpft, hat seinen Arm in diese, in diese, in diese Kiste reingepackt, zwei Bägels rausgenommen und ist wieder gegangen. Warum denn? Weil dieser so besessen von diesem Ziel war, dass ihm jedes Mittel recht war, dieses Ziel zu erreichen. Er hatte diesen Belief, dass er früher ankommt, als eigentlich jeder es sagen würde. Und wisst ihr, warum die meisten Menschen, ja, da nicht dazwischengegriffen sind, die meisten Menschen ihn nicht zurückgehalten haben? Es gibt einen Spruch, der bedeutet, you hang around the barbershop for long enough, sooner or later you're going to get a haircut. Du bist vom Friseursalon die ganze Zeit, aber wieso bleibst du da stehen? Weil du weißt, dass du früher oder später trotzdem deinen Haarschnitt bekommst, okay? Leute, wir stehen da, warum kompliziert keiner? Wieso regt sich keiner auf? Ganz einfach, weil sie alle wissen, früher oder später bekomme ich meinen Bagel, okay? Und es ist genau das, weil du musst jetzt Fokus auf die Dinge haben, die dich erfolgreich machen. Warum? Weil es ist genau das, Tarek, ich will Funnel Trader sein. Okay, du musst jeden Tag mindestens ein, zwei Go-Live-Schauen, du musst jeden Tag Bag-Testen. Boah, ich muss jeden Tag Go-Live-Schauen und Bag-Testen? Ja, aber Funnel Trader, aber jeden Tag Go-Live-Schauen? Aber Funnel Trader, aber jeden Tag wirklich Go-Live-Schauen? Was merkt ihr? Die meisten Menschen haben ihren Fokus auf die Dinge. Du brauchst ein Growth Mindset und kein Goal Mindset, okay? Ein Growth Mindset. Dein Ziel soll sein, dass du wächst, okay? Dein Ziel sollte sein, dass du wächst. Du musst deinen Fokus auf genau diese Dinge haben, okay? Weil die meisten Menschen haben ihren Fokus auf die Dinge, die getan werden müssen. Aber nicht auf die Dinge, die getan werden müssen, um das zu bekommen, was sie wollen, okay? Das heißt, ihr müsst eines auch verstehen, ja, if you want the price, if you want to get the price, you have to pay the price. Ganz einfach, weil das, was du jetzt machst, ja, genau das musst du auch verstehen, weil das, was du jetzt machst, entweder erbaut es dich oder es bringt dich zum Feind. Entweder erbaut es dich oder es bringt dich zum Feind. Weil Action ist das Nebenprodukt vom Belief. Action ist das Nebenprodukt vom Belief. Und wir will dich das näher bringen. Das heißt, du musst eines verstehen. Was ist denn der Grund, warum wir nicht daran glauben? Was ist denn der Grund, warum wir nicht daran glauben, ein gewisses Ziel zu erreichen? Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Ich stelle es dir einfach mal vor. Okay, ich stelle es dir einfach mal vor. Eine Flasche, eine Flasche, okay, sage ich mal von Rewe. Okay, wir gehen zum normalen Rewe um die Ecke. Die Flasche kostet 60 Cent, inklusive Pfand, okay? So, das machen wir. Wir gehen zur Tankstelle. Dort kostet dort beim Rewe to go mir diese Flasche Rewe. Ein Liter Flasche, genau dieselbe Flasche. Nicht 60 Cent, sondern 2 Euro. Wir gehen zum Flughafen und der Flughafen kostet die Flasche 5 Euro. Obwohl es dieselbe Flasche ist, mit demselben Inhalt, okay? Ganz genau dieselbe Flasche, mit demselben Design. Das Einzige, was die Flasche teurer gemacht hat, ist das Umfeld, in dem sie sich befindet, okay? Das heißt, der Wert der Flasche wurde an was definiert? An dem, mit dem, was sie sich umgibt. Von ihrem Umfeld. Okay, was merkst du? Dein Belief Level wird von deinem Umfeld bestimmt. Der Wert von dir, dein Selbstwert, wird bestimmt durch das Umfeld, in welchem du dich tagtäglich befindest, okay? Und deswegen war die Flasche, obwohl sie immer die eine und dieselbe war, viel mehr Wert an dem Flughafen, als sie normal um die Ecke oder in der Tankstelle. Wegen dem Umfeld, in dem sie sich befandelt. Genau das musst du verstehen. Okay, das heißt, das, was dein Belief auch einschränkt, ist dein Umfeld. Warum denn? Weil es gibt eine Studie, okay, es gibt eine Studie und die besagt folgendes, okay, es wurden zwei Grashupfer mal reingepackt in einen Glasbälter. Es wurden zwei Grashupfer in einen Glasbälter reingepackt, okay? So, und da wurde der Deckel aufgesetzt und beide sind hochgesprungen, beide sind hochgesprungen, 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 die ganze Zeit, die ganze Zeit. Irgendwann nach ein paar Jahren bekamen sie Kinder. Nach ein paar Jahren bekamen sie Kinder. Und was haben diese Kinder gemacht? Sie haben ihren Eltern dabei zugeschaut und sind ebenfalls hochgesprungen, 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 die ganze Zeit, okay? Und irgendwann wurde der Deckel rausgenommen. Die Eltern wurden auch rausgenommen. Das heißt, es war eigentlich alles frei gewesen für die Kinder, damit sie hochspringen können. Alles war frei gewesen. Aber die Eltern, die Eltern, sage ich, die Kinder sind niemals rausgekommen. Die Kinder kamen niemals raus. Aus welchem Grund denn? Die sind nur so hochgesprungen, wie sie es mussten, weil sie es nicht anders kannten, nicht anders gesehen haben. Und vielleicht glaubst du jetzt nicht daran, einen gewissen Rank zu machen. Vielleicht glaubst du jetzt nicht daran, einen Rank abzumachen, einen Funnel-Con zu bekommen, weil du es nicht anders kennst. Weil dein Umfeld average ist. Weil aus deiner Familie keiner erfolgreicher Trade ist, keiner ein erfolgreiches Business macht, keiner an dem Punkt steht, an dem du stehen willst. Und genau deswegen glaubst du eventuell nicht daran. Genau deswegen. Aber du musst eines verstehen. Du darfst deinen Selbstwert niemals von deinem Umfeld, niemals von deiner Vergangenheit her definieren lassen. Sehr, sehr wichtig. Und dein Belief-Level niemals von Zahlen auf deinem Trading-Konto oder auf deinem Back-Office beeinflussen lassen. Und genau das musst du verstehen. Warum denn? Weil es ist genau das. Du musst auf diesen State of Mind kommen. Weil ich stelle mich an ein Gespräch mit Felix Winkelmann, wo er mir gesagt hat, Tarek, mein größtes Learning ist, dass die meisten Menschen, die schnell Resultate haben, denken, dass sie immer schnell Resultate haben werden. Und vielleicht bist du jetzt schnell PS6 gegangen. Vielleicht bist du jetzt schnell PS5 gegangen. Vielleicht hast du jetzt nach drei Monaten 10k TFF oder 10k FTMO gehittet. Und denkst, ey, im nächsten Monat kommt die 100k Challenge. Und bam, du verkackst sie. Und hast kein Belief mehr, dass sie jemals wieder schaffen solltest. Kennst du es, du kennst es. Warum? Weil die meisten Menschen den Fehler machen. Ja, dass sie denken, dass wenn einmal etwas schnell läuft, dass es immer schnell läuft. Dass wenn einmal etwas schnell läuft, dass immer alles schnell läuft. Und genau das musst du verstehen. Und deswegen die Dinge, die du jetzt tust, deine Entscheidungen jetzt. Entweder sie erbauen dich oder sie bringen dich zum Fall. Okay, und deswegen ist Belief so wichtig, weil Alex Morton sagt es jedes Mal. Okay, we are human beings. We are human beings. Wir sind die größte Kreation Gottes, okay. Es gibt kein Wesen, was so viel kreieren kann. Was so viel in der Lage ist zu denken, zu kreieren, wie die Menschen, okay. Leute, wir sind dazu geboren, um zu gewinnen. Aber wir wurden programmiert, um zu verlieren. Und du musst jetzt schauen, dass du dich selber neu framest. Dass du dir selber höhere Ziele steckst. Und genau das ist Belief. Du musst an dich selber glauben. Weil wenn nicht du, wer dann? Wenn nicht du, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht mit dieser Opportunity, mit was dann? Okay, weil du musst eines verstehen. Sogar wenn du, sogar wenn du zum Mond willst, sogar wenn du zum Mond willst, landst du trotzdem auf den Stern. Warum? Weil du musst eines verstehen. Most people fail, not because they aim too high and miss, but because they aim too low and hit. Und das musst du jetzt verstehen. Okay, die meisten Menschen, sie scheitern nicht, weil ihr Ziel zu groß ist und sie es nicht schaffen, sondern weil ihr Ziel zu klein ist und sie es schaffen. Weil ihr Ziel zu klein ist und sie es schaffen. Und du musst schauen, dass dein Ziel groß ist. Weil der Grund, warum du vielleicht nicht gerade an das glaubst, was du erreichen willst, wir haben noch 74 Days. Okay, wir haben noch 74 Tage bis Ende des Jahres. Und der Grund, warum du vielleicht nicht daran glaubst, ist, weil du A, den Fokus hast auf das, was dir mangelt. Dein Fokus bist auf das, was dir mangelt. Dein Fokus sollte aber auf dem sein, was kommt. Dein Fokus sollte auf dem sein, was du tust, weil du musst eines verstehen. Okay, ich kann nicht kontrollieren, wie viele Leute in mein Backoffice kommen. Ich kann nicht kontrollieren, okay, was der Markt tut. Wie können dich den Markt beeinflussen? Wie können den Markt nicht inspirieren? Wie können den Markt nicht kontrollieren? Okay, und ich kann die Menschen nicht kontrollieren. Ich kann die Menschen nicht beeinflussen. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, sind meine Actions. Und du musst eines verstehen, deine Actions sind allgegenwärtig. Deine Actions sollten deine Resultate bestimmen. Und keine anderen Dinge. Keine anderen Dinge. Nur deine Action, weil das ist das Einzige, was du persönlich kontrollieren kannst. Mach deinen Selbstwert, mach deinen Belief, mach deine Work Ethic. Nicht von dem abhängig, was in einem Backoffice steht. Mach das nicht von dem abhängig, was auf einem Tradingkonto steht. Weil du musst auch diese Langfristigkeit hinter diesem Business verstehen. Weil der erste Punkt war der Fokus. Dein Fokus liegt auf dem falschen Ding. Der zweite Punkt ist, dass Menschen die Langfristigkeit hinter diesem Game hier nicht verstehen. Aber ich stelle es dir genauso mal vor. Sogar wenn du nach 5 Jahren, wenn du 5 Jahre lang keinen einzigen Stand mit Ironman Street Academy verdienen solltest. Und dann nach 5 Jahren 10K Fundetrailer bist und Charmin 10 bist. Okay. Wird es trotzdem besser, als anstatt 5, 50 Jahre lang arbeiten zu gehen. Für ein Drittel dieses Geldes. Okay. Und dann auf eine Rente zu hoffen, die sowieso nicht garantiert ist. Deswegen stresse dich nicht. Stresse dich persönlich nicht. Denn da, wo du jetzt stehst, hast du dir vor 2 Jahren gewünscht dort zu stehen. Du hast dir vor 2 Jahren gewünscht jetzt an dem Punkt zu stehen, an dem du gerade stehst. Stresse dich doch einfach nicht. Okay. Schau, dass du täglich selber vom Value wächst. Don't push Ranks. Don't push Results. Push Value. Okay. Push Value. Weil du musst einfach... Was verstehst du? Weil dieses Glasbelter Beispiel. Die Kinder sind nur so hoch gesprungen, wie sie dachten. Warum? Weil dieser Deckel drauf war. Und du musst dieses Lit, du musst diesen Deckel bei dir entfernen. Weil innerhalb deines Kopfes, innerhalb deiner Imagination, hast du gerade einen Deckel aufgesetzt bekommen. Okay. Von deinem Umfeld. Und du musst diesen Deckel entfernen. Es liegt an dir, diesen Deckel zu entfernen. Es liegt an dir, diesen Durchbruch zu haben. Es liegt an dir, jetzt das zu machen. Weil ich vergleiche das Ganze wie mit einer Sache. Und zwar wie mit was? Mit einer Konsolidierung. Weil du musst das genau so verstehen. Egal ob du 0 Teampartner. Egal ob du 5, ob du 5, 10, 50, 500 Partner hast. Du musst eines verstehen. Wir haben alle eine Resistance. Okay. Wir haben alle unsere Limit. Und ich sage mal so schön, hey, dein gästriges Limit sollte dein heutiges Standard sein. Dein gästriges Limit sollte dein heutiges Standard sein. Okay. Und wie meine ich das? Bei Pricetrap vor allem. Ich bin Pricetrap Trader und es ist genau so. Wir haben eine Konsolidierung. Wir haben unseren Standard. Bei mir ist der Standard gerade 50 Partner. Mein Limit, meine Resistance gerade. Ja. Meine Supports sind 50. Meine Resistance sind knapp 100 Partner. Und ich bin gerade in dieser Konsolidierung. Und was brauche ich? Ich muss selber ausbrechen aus dieser Box. Okay. Was muss passieren? Aber ich muss an einer neuen Struktur annehmen. Wie kannst du eine neue Struktur annehmen, indem du neue Dinge tust? Wenn du die Menschen um dich herum nicht verändern kannst, dann ändere die Menschen um dich herum. Denn nur durch Veränderung kommt Verbesserung. Genau das musst du verstehen. Weil das beeinflusst auch dein Belief Level. Don't chill with cool guys. Don't chill with average people. Cool guys, don't make money. Okay. Umgib dich in Menschen, die diesen Belief Level haben, die diese erfolgreichen Dinge haben, wie du sie willst. Weil um dann aus dieser Box zu kommen, musst du eine neue Struktur annehmen. Weil nur dann kann diese Resistance zum Support werden. Nur dann kann dieses Limit zu deinem Standard werden. Das ist extrem wichtig. Deswegen, du musst anfangen, neue Dinge zu tun. Verändere dich selber als Persönlichkeit. Warum denn? Weil der Grund, warum du gerade nicht dran glaubst, das Ziel zu erreichen, was du erreichen willst, ist nicht, weil es unrealistisch ist. Sondern ist, weil die Dinge, die du gerade tust, es als unrealistisch erscheinen lassen. Das ist der einzige Grund, warum du nicht dran glaubst. Damals hat auch keiner dran geglaubt, innerhalb von einem Jahr, anderthalb Jahren Charmantan zu gehen. Bis Ilya in anderthalb Jahren Charmantan ging. Eine Charlady, die in einem Jahr Charmantan ging. Silvio Hoffmann in vier Monaten Charmantan ging. Und es wird noch eine Person geben, die innerhalb von zwei Monaten Charmantan geht. Eine Person, die diesen Belief bricht. Weil die einzige Limitation, die du dir setzen kannst, ist hier oben. Du bist die einzige Person, die dich erbaut oder zerbrechen lässt. Du bist die einzige Person, die dich erfolgreich macht oder nicht. Deswegen schau einfach nur persönlich, dass du persönlich die Person bist, die am meisten glaubt. Aber wenn nicht du, wer dann? Und du weißt, ey, in diesem Business gibt es Personen, weil du musst eines verstehen. Wir wurden geboren, um zu gewinnen. Aber wir wurden programmiert, um zu verlieren. Und in diesem Business, wir sehen Menschen, die wachsen wie eine Mori Sommer. Wir sehen Menschen, die wachsen wie einen Micky. Die von Null kommen, die obdachlos waren, die schüchtern waren. Die damals sogar in eine Opferrolle gesteckt haben. Und die jetzt Hunderttausende, Tausende vom Menschleben impacten, okay. Gerade auf ihrem Weg sind, okay. Zum größten Ruhm ihres Lebens, okay. Was merkt ihr gleichzeitig? Dass sowas an Arbeit bedarf, ja. Sowas bedarf an Arbeit. Und genau wieder dieser Spruch. You hang around the barbershop for long enough. Weil du musst eines verstehen, weil dieses Business musst du langfristig sehen. Weil das Resultat von heute macht nicht den Erfolg von morgen aus. Okay, das Resultat von heute macht nicht den Erfolg von morgen aus. Das musst du verstehen. Weil keiner wird sich daran erinnern, wie schlecht dein erstes Edifying war. Wie krass du Dropout hattest. Keiner wird sich daran erinnern, wie schlecht es dir ging. Du musst eines verstehen, als Micky. Micky hat anderthalb Jahre von P5 auf P2, von P5K gebraucht. Nur um drei Monate darauf, Chairman Tent zu sein. Micky war am damaligen All-Time-High bei knapp 900 Partnern. Und ist dann straight auf 600 Partner innerhalb eines Monats gedroppt. Leute, wisst ihr, wann ich das erfahren habe? Und zwar vor einer Woche. Vor einer Woche habe ich das erfahren. Und Leute, ich war geschockt. Warum? Weil ich das nicht wusste. Weil ich das Micky nicht angemerkt habe. Weil er seine Belief, seine Work Ethic, weil er seine Persönlichkeit nicht an dem festgemacht hat, was im Backoffice steht. Und die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie ihren Selbstwert anhand einer Zahl, anhand von äußeren Umständen definieren. Aber du musst eines verstehen. Nicht deine Umstände sollten dich kreieren, sondern du solltest deine Umstände kreieren. Weil es ist nicht deine Schuld, wenn du broke geboren bist. Sondern es ist deine Schuld, wenn du broke stirbst. Und genau das ist so wichtig, daran zu glauben. Weil du musst eines verstehen. Es gibt Menschen, die viel weniger hatten als du und viel mehr geschafft haben als du. Die viel weniger Ressourcen hatten als du, aber viel mehr geschafft haben. Weil sie eins verstanden haben. Time. Das Prinzip von here und there. Here bedeutet hier, das hier und jetzt. Und there bedeutet das dort in der Zukunft. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen, zwischen here und there, ist, dass am Anfang ein T steht. Das T steht für time. Und time auseinandergenommen bedeutet, things you must experience. Things you must experience. Das heißt, Dinge, die du lernen musst, um von hier aufs Dort zu kommen, um von hier aufs Gleis zu kommen, musst du neue Dinge erlernen. Das heißt, der Grund, warum du gerade nicht an dem Punkt stehst, wo du sein möchtest, ist ganz einfach, weil du gerade nicht die Dinge gelernt hast, die du noch brauchst, um auf dieses Level zu kommen. Du hast gerade nicht die Dinge gelernt, die du noch brauchst, um auf dieses Level zu kommen. Deswegen nimmst du nicht als Ziel, dein Ziel zu haben. Nimmst du nicht als Ziel, irgendwie irgendein Resultat zu haben. Nimmst du als Ziel in der Persönlichkeit, die Person zu werden. Weil es gibt immer zwei Frequenzen und die passen sich gegenseitig an. Zwei Frequenzen, die passen sich gegenseitig an. Und vielleicht bist du gerade P600, P1K. Vielleicht hast du gerade erst dein Funnel-Konto voll längst. Tarek, okay, ich glaube aber nicht dran, bis Ende des Jahres dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube aber nicht dran. Du musst eines verstehen. Dein Ziel sollte es nicht sein, dass du dich hinsetzt und affirmierst und es visualisierst. Nein, dein Ziel sollte es sein, dass du mit deinen Actions es dazu führen bringst, dass du daran glaubst. Dein Ziel sollte es sein, zu dieser Person zu kommen, weil du musst eines verstehen. Before you become a successful trader, before you become a successful networker, you have at first to become a successful person. Okay, deswegen werde ich eine Person of Increase. Werde eine dieser Personen, die täglich wachsen, vertraue mir, es wird nicht nur dein Belief-Level stärken. Du wirst viel mehr an dich selber glauben können. Weil außenrum deine Upline, deine Downline, deine Eltern, jeder kann dir nicht glauben, aber die einzige Person, die dein Business erbaut oder zum Fallen bringt, bist du selber. Du musst eines verstehen. Die Menschen sind so sehr viel in der Lage. Ich selber kann dir eines erzählen. Ich habe über vier Monate gebraucht, um zu verstehen, dass das Ganze ein Multimillionen-Business ist. Dass das Ganze ein Multimillionen-Business ist, dass eine Milliarden-Industrie ist, okay. Ich habe erst vier Monate gebraucht, um das zu begreifen, okay. Und Leute, ich war auch unbestätigt. Ich war in Barcelona, war ich ein unbestätigter P600, nur um 90 Tage später P2K im Backoffice stehen zu haben. Du musst genau das verstehen. Das Resultat von heute macht nicht einen Erfolg von morgen aus. Und wir haben jetzt noch 74 Tage bis Ende des Jahres. Und du musst jetzt die Entscheidung vor allem für dich treffen, nicht eine Person, ja, nicht die Chance zu treffen, etwas zu machen, sondern die Person zu sein, eine Person zu werden, die diese Dinge da macht, okay. Die diese Dinge da macht. Weil der Grund, warum du vielleicht gerade nicht daran glaubst, ist genau das. Und vielleicht denkst du, Tarek, ey, aber ich verstehe es nicht. Ich bin Fiek, ich erinnere mich damals und vielleicht kannst du es relaten. Leute, ich war P600, Leute gingen vor mir P1K, P2K, bei denen ich dachte, ey, ich bin viel kompetenter als diese Person. Wie kann es sein, dass er das hat, was ich will? Wie kann es sein, dass er das hat, was ich will? Ich habe eines begriffen. Diese Personen, diese Personen haben ihren Pfeil schon abgefeuert. Ich hingegen, ich spanne noch meinen Bogen. Ich spanne noch meinen Bogen. Und sobald mein Pfeil abgefeuert wird, ich weiß nicht, wann er abgefeuert wird, ich weiß aber, dass er abgefeuert wird. Und ich weiß, dass er weiterkommen wird, dass er härter einschlagen wird als jeder andere, wenn ich jeden Tag mehr mache als je zuvor. Wenn ich jeden Tag 1% besser werde als am Tag gestern. Und guess what? Ich habe meinen Bogen weiter gespannt. Dieser Pfeil kam weiter und ist tiefer und härter eingeschlagen als jeder andere zuvor. Weil ich im Prinzip verstanden habe, es geht nicht darum, schnell aufzubauen. Es geht nicht darum, schnell etwas zu hitten. Es geht darum, wie es sustainable ist. Es geht darum, wie stabil es ist. Du wirst hier ein langfristiges Business aufbauen. Und ich habe eines verstanden. Ich mache meinen Belief, meine Work Ethic nicht von meinen Umständen, nicht von meinem Umfeld, nicht von einer Zahl, nicht von einem Trading-Konto oder sonst abhängig. Ich mache meinen Belief, ich mache meine Work Ethic. Ich mache all diese Dinge von mir persönlich abhängig. Abhängig von meiner täglichen Umständen, weil es sind die einzigen Dinge, die ich und die wir unter Kontrolle haben. Deswegen schau, dass du diesen Belief gibst. Vertrau mir. All das, was du erreichen willst, ist already done. Und sag das mit vollem Herzen. All das, was du erreichen willst bis Ende des Jahres, in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen, ist already done. Die einzige Person, die es wissen muss. Es gibt die Menschen, es gibt Menschen, die denken. Es gibt Menschen, die glauben. Und dann gibt es Menschen, die wissen, dass etwas passiert. Und du musst es wissen. Du musst wissen, es ist already done. Du musst wissen, es ist already done. Es gibt genug Menschen, ein Erik Lukas, ein Daniel Ramos, die es vorgemacht haben. Weil du weißt niemals, wie es passiert. Du musst aber wissen, dass es passiert. Weil trust me, genau an diesem Punkt, wenn du an was Höheres glaubst, wenn du weißt, dass Gott bei dir ist, wenn Gott für dich ist, wer soll dein Gegner sein? Wenn sogar Gott an dich glaubt, wer bist du denn, dass du nicht an dich selbst glaubst? Wenn sogar Gott dir das Vertrauen schenkt, wenn sogar Gott dir sagt, dass du es kannst, wer bist du, dass du an dich selbst nicht glaubst? Wer bist du, dass du an Gott zweifelst? Wer bist du, dass du an den Worten von Gott zweifelst? Deswegen sei dir eines bewusst. It's already done. Sag es dir selber. It's already done. Häng es dir auf. Okay. Und mach es dann. Bring die Action rein. Vertraue mir die nächsten 74 Tage. Du wirst entweder dein Leben erbauen oder dein Business umfallen bringen. Okay. Deswegen committe dich dazu, die Person zu werden, die du sein willst. Entscheide dich dazu, nicht Dinge zu tun, sondern die Person zu werden. Weil trust me, du bist in der Lage dazu. Du bist in der Lage dazu. Du kannst es. Wir wissen alle, dass du es kannst. Wir wissen alle, dass es Menschen schon mal vorgemacht haben. Dass es Menschen schon mal vorgemacht haben. Weil nur, weil etwas noch nie geschafft wurde, heißt es nicht das Unrealisches. Sei doch einfach mal diese erste Person, die es macht. Sei doch mal diese erste Person deiner Familie, die diese Armutskette bricht. Sei doch mal diese erste Person deiner Familie, die am Ende des Jahres ein Six-Figure-Konto hat. Okay. Sei die Person am Ende des Jahres, die Chairman geht. Sei du diese Person. Weil wenn nicht du, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht mit dieser Opportunity, mit was dann? Okay. Deswegen, ich hoffe, ich konnte dir vor allem helfen für deinen Belief. Vertraue mir. All die Dinge. Mach das Resultat von heute. Mach den Erfolg von morgen. Ich mach das Resultat von heute abhängig. Okay. Ich hoffe persönlich, dass du die Action reingebst. Wenn es all in geht für die nächsten 74 Tage. Und da würde ich vor allem selber sagen, let's get it done.